Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und wir machen heute ein richtig, richtig cooles Battle. Die liebe Kata hat eine richtig, richtig süße Mädchenarmee und ich habe eine richtig, richtig coole Jungsarmee und wir werden uns gegenseitig wegschnetzeln. Oh, stimmt, aber ich werde dich zuerst überall wegschnetzeln. Nein, 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 ich werde dich wegschnetzeln. Und schau mal, Kata, das hier ist auf jeden Fall meine Seite und hier drüben ist auf jeden Fall deine Seite und wir werden hier auf unserer Seite eine richtig, richtig coole Base bauen und da wird die liebe Kata niemals reinkommen. Nein, 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 nein. Hey, natürlich werde ich da reinkommen. Und Moment mal, was habe ich denn alles hier drin? Darf ich mal reinschauen? Oh, natürlich. Guck mal, Kata, wir haben hier erstmal eine Kiste mit richtig, richtig vielen Blöcken, mit richtig viel Stacheldraht und ein bisschen Obsidian und goldene Äpfel und eine richtig gute Rüstung so und so und so. Und guck mal, Kata, zack, 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 ich bin ausgerüstet. Warte, 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 das muss ich auch anziehen, natürlich. Hallo? Hi. Hey, nein, 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 nein. Ach, Mann. Und schau mal, Kata, in der anderen Kiste haben wir unsere richtig, richtig coole Armee. Ich habe hier eine richtig coole Jungsarmee und zack, oh, hallo, na, oh, so cool. Und du hast wirklich eine richtig, richtig süße Mädchenarmee. So nice. Und ich bin wirklich richtig doll gespannt, wer gewinnen wird. Oh, stimmt, ich auch. Okay, ich will jetzt was bauen. Oh, ja. Okay, warte mal, Kata. Dann hole ich mir auch richtig, richtig viele Blöcke hier, so und so und so. Und wir müssen wirklich eine richtig, richtig sichere Base bauen. Und zack, und warte mal. Was wirst du denn für eine Base bauen? Oh, ich bin mir noch gar nicht so sicher. Also, es muss auf jeden Fall was Großes sein. Und, hm, was Schönes irgendwie, oder? Oh, das stimmt, Kata. Okay, warte mal. Meine Base wird auf jeden Fall richtig, richtig sicher sein. Und ich werde hier auch richtig coole Fallen hinbauen. Oh, sehr nice. Ja, so und so und so. Und, Kata, weißt du was? Was denn? Du wirst niemals in meine Base reinkommen. So cool. Die ist nämlich wirklich richtig doll sicher. Oh, okay, okay. Was soll ich denn bauen? Ich bin mir immer noch so unsicher. Oh, oh, Moment mal. So und so. Ich mache hier auf jeden Fall einen richtig, richtig coolen Wachtturm hin. So, zack, zack, zack. Dann ist hier alles wirklich richtig doll gut abgesichert. Sehr nice. Okay, so sieht meine Base bis jetzt aus. Und die gefällt mir wirklich schon richtig, richtig gut. Hier ist wirklich überall so, so, so viel Stacheldraht. Und das ist wirklich so nice. Dann kann man hier reingehen. So und so. Und hier mache ich auf jeden Fall meine richtig, richtig coole Jungsarmee rein. Und ich würde sagen, hier vorne mache ich auch meine Armee hin. Oh, so cool. Und warte mal. So und so. Dann hole ich noch ein bisschen Stacheldraht. Und ich würde sagen, ich mache meine Base noch ein bisschen sicherer. So und so und so. Dann kommt hier überall Stacheldraht hin. Und, Kata? Was denn? Wie weit bist du denn schon mit deiner Base? Oh, ich bin bald fertig. Und du? Oh, ich bin auch bald fertig. Und ich bin wirklich richtig, richtig doll gespannt. Naja, wie deine Base aussehen wird. Sehr interessant. Ja, wirklich? Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Sie ist schon schön, aber nicht sonderlich effektiv. Oh, ich bin richtig, richtig doll gespannt. Und du hast wirklich eine richtig, richtig süße Mädchenarmee. Oh, ja. So und so und so. Dann baue ich das hier auf jeden Fall richtig, richtig sicher. So, bitte sicher bauen. Oh, so cool. Dann würde ich sagen, hier ist auf jeden Fall der Durchgang. Hm, sehr cool. Okay, jetzt habe ich hier wirklich eine richtig coole Obsidianwand. Dann habe ich hier wirklich richtig, richtig viel Stacheldraht. Und meine Base ist wirklich richtig, richtig doll sicher. So und so. Da kommt hier doch ein bisschen Obsidian hin. Und ich würde sagen, ich hole meine Armee. Moment mal, so. Bitte alle mitkommen. So, zack, 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 zack. Oh, so nice. Und meine Armee ist wirklich richtig doll stark. Oh, super nice. Oh, ja. Dann kommt hier einer hin. So und so und so. Oh, so nice. Meine Armee ist wirklich richtig, richtig cool. Und Katja? Was denn? Ich werde deine kleine Armee wegschnetzeln. So und so und so. Und meine Armee ist wirklich schon richtig, richtig groß. So, bitte noch mehr. Und zack, zack, zack. Und die setze ich hier hin. Hier und hier. Hm. Und dann würde ich sagen, ich setze noch ein paar hier hin. So, zack, zack, zack. Und wenn die liebe Katja gleich mit ihrer Armee hier durchkommt, dann wird die von meiner Armee weggeschnetzelt. Und zack, dann setze ich hier noch ein paar hin. Und hier und hier und hier kommen auch noch ein paar hin. So, zack, zack, zack. Oh, sehr nice. Und Katja, wie weit bist du denn schon mit deiner Base? Oh, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Oh, so cool. Und weißt du was? Was denn? Ich bin fertig. Oh, sehr nice. Oh, ja. Okay, ich bin jetzt auch fertig. Oh, sehr cool. Oh, Moment mal. Hallo Katja. Da sind deine Mädchen an mir. Und was hast denn du hier gebaut? Deine Base sieht ja wirklich richtig, richtig cool aus. Und Moment mal. Ihr werdet weggeschnetzelt. Oh, Katja. Hilfe, Hilfe. Oh, was ist denn hier los? Oh, nein. Schnitzel sie weg. Schnitzel sie weg. Katja, nein. Was machst du denn hier? Das sind deine Jungs. Hallo. Nein. Geh aus meiner Base raus. Oh Katja, du wirst weggeschnetzelt. Du hast gar keine Chance. Und weggeschnetzelt. Und zack, zack, zack. Du hast gar keine Chance. Und so, und so. Nein, 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 nein. Und zack, und zack, und zack. Was ist denn hier los, bitteschön? Alle auf Katja, bitte. Alle auf Katja, alle auf Katja. So, und so, und so. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Tschüss. Du hast gar keine Chance hier. So, und so, und so. Und warte mal. Ich schnitzel jetzt deine Mädchenarmee weg. Und Moment mal. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, warte mal. Und zack. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Nein. Die kommt zu mir. Die kommt zu mir. Hier ist ja auch noch ein Mädchen. Und zack, zack, zack. Ich schnitzel deine Armee weg, Katja. Und so, und so, und so. Moment mal. Wo bist du denn gerade? Du, Epic, ich komme hier nicht raus. Moment mal. Ich komme zu dir. Und so, und so. Schnitzel sie weg. Schnitzel sie weg. Ich komme hier nicht raus. Und so, und so, und so. Du hast gar keine Chance gegen meine Armee. Und, ouch, nicht auf mich, Katja. Ja, doch auf dich. Nein, nein, nein. Du wirst komplett weggeschnetzelt. Und so, und so, und so. Oh, Hilfe. Golder Apfel, golder Apfel. Und zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schnell raus hier. Schnell raus hier. Ich komme hier nicht raus. Und so, und so, und so. Hallo, Katja. Ich werde jetzt deine Mädchenarmee wegschnetzeln. Und warte mal. Hier sind kleine Herzchen gebaut. Und Moment mal. Was ist denn hier bitteschön los? Hilfe. Oh, deine Beine sieht so cool aus. Autschi, Autschi. Was ist denn hier bitteschön los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Deine Armee ist hier wirklich so stark. Und Katja, du wirst weggeschnetzelt. Du hast gar keine Chance. Und so, und so, und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Autschi, nicht mich, nicht mich. Und schnell goldene Apfel essen. So, und so, und so. Katja, hör auf mit dem Quatsch. Und zack, 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 zack. Und warte mal, Katja. Autschi, ich werde jetzt deine Mädchenarmee wegschnetzeln. So, und so, und so. Du kannst ja Apfel schnell essen. Und zack, 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 zack. Nein, nein, nein. Hier wird jeder weggeschnetzelt. Oh, Hilfe. Das sind so viele. Autschi, nein. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind wirklich so, so, so viele, Katja. Und zack, 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 zack. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Oh nein, meine Armee muss mir helfen. Oh, oh, Hilfe, Hilfe. Wo seid ihr denn? Oh je, oh je. Oh, ich werde hier angegriffen. Ich schnetze dich weg. Und meine Armee, oh, wird dich angreifen. Und Moment mal. Die Mädchenarmee kommt hier hin. Und Autschi, hör auf mit dem Quatsch, Katja. Autschi, da ist die Mädchenarmee. Nein, 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 nein. Und so, und so. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Und zack. Aua, Katja, was soll denn das? Und Moment mal. Guck, guck. Hey. Guck, guck. Guck, guck. Oh, warum wirst du mich denn die ganze Zeit? Und zack, zack, zack. Ich schnetze dich jetzt weg, Katja. Mädels, kommt. Und so, und Autschi. Hey, was ist denn hier los? Ihr werdet alle weggeschnetzelt. So, und so, und so. Und zack. Oh, sehr nice. Hallo, Katja. Und tatatat, zack. Ich werde jetzt deine Armee hier wegschnetzeln. Und oh, ihr werdet auch alle weggeschnetzeln. Moment mal. Das sind ja richtig viele. Was ist denn hier los? Bitte schön. Und zack, zack, zack. Schau mal, da sind noch mehr. Aua, ich bin im Feuer. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast hier wirklich richtig große Türme hengebautet. Ich bin gerade in die Narbe geblumpt. Ich bin gerade auch in die Narbe. Ich komme nicht mehr raus. Oh nein, und Katja, das sind so viele. Hilfe, Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Deine Armee ist hier wirklich so doll stark. Und auch schnell goldene Apfel essen. Und Autschi. Hier ist Feuer. Hier ist Feuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katja, hey. Und zack, zack, zack. Ich schnetzele die ganze Armee weg. Und so, und so, und so. Sie sind jetzt alle weggeschnetzelt. Ich bin der Lava. Nein. Und jetzt, 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 jetzt. Und jetzt wirst du weggeschnetzelt, Katja. So, und so, und so. Schnell goldene Apfel essen. So, jam, 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 jam. Oh Gott, oh Gott. Oh, sehr cool. Und Katja, hör auf mit dem Quatsch. Und zack, und zack. Nein. Du wirst weggeschnetzelt. Und zack. Schau mal, Katja, ich schnetze deine Armee weg. Und, oh, das sind ja richtig viele. Und zack, zack, zack. Ihr werdet alle weggeschnetzelt zu uns. Und, oh, Hilfe. Moment mal. Du wirst in die Lava geplumpst. Und, oh, schau mal, Katja. Oh, die schnetzen sich gegenseitig weg. Oh, richtig, richtig cool. Schnetzelt Katjas Armee weg. Schnell. Und, hilf mir, hilf mir. Und zack, die werden alle weggeschnetzelt. Oh, das habt ihr sehr gut gemacht. Und, oh, alle zu Katja. Alle zu Katja. Und, ja. Du wirst weggeschnetzelt. Und so. Du hast gar keine Chance, Katja. So, und so, und so. Und zack, zack. Nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Und zack, 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 zack. Nein. Gott, oh, kein goldenen Apfel. Nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Und ab in die Lava mit dir. Tschüssi. Und zack. Oh, nein. Ja, du bist in der Lava. Und zack, du wirst weggeschnetzelt, Katja. So, und so, und so. Und du bist in der Ecke. Nein, nein, nein. Tschüss. Ich gehe jetzt deine Mädchenarmee weggeschnetzeln. Warte mal. Ich habe fast schon alle von deiner Mädchenarmee weggeschnetzelt. Und zack, der wird auch weggeschnetzelt. Oh, nein. Katja, jetzt wirst du weggeschnetzelt. Du hast ja gar keine Chance. Oh, oh, ich glaube, ich habe wirklich keine Chance. Und ich habe dich weggeschnetzelt. So, so, so cool. Das hat wirklich richtig, richtig doll viel Spaß gemacht. Oh, stimmt. Deine Jungsarmee war richtig, richtig gut. Die haben alle von meinen Mädels weggeschnetzelt. Oh, das stimmt. Richtig, richtig cool. Und du hattest wirklich eine richtig schöne Base-Karte. Das hast du richtig schön gebaut. Oh, danke schön. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schreibt bei der lieben Karte vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.